Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily, heute am 6.07.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 409. Mitgebracht habe ich euch heute die folgenden Themen. Facebook, neue Macs, RAW, Apple II, Microsoft, Outlook.com und Inbox. Wir beginnen gleich mit dem Facebook-Thema. In Zürich ist eine Abteilung von Facebook, die entwickelt ganz fleissig an der virtuellen Realität. Und zwar, um es genau zu nehmen, an der zukünftigen virtuellen Realität. Um noch genauer zu gehen, am Nachfolger des Oculus Go, dem neuen kleinen mobilen Oculus, das sie an der F8 vorgestellt haben, vor circa zweieinhalb Monaten war das, glaube ich. Und da wächst das Entwicklerteam stark. Zum einen haben sie da eine gute Zusammenarbeit mit der ETH, der Eidgenössisch-Technischen Hochschule, aber eben auch sonst einige gute Verknüpfungen hier in Zürich und sind von 10 auf 35 und in nächster Zeit sogar noch deutlich drüber hinaus am Wachsen. Schön, interessant und ja, das wäre doch mal was, was man besuchen gehen könnte irgendwie. Das wäre sicherlich spannend. Es ist endlich soweit. Es gab einige Leute, die enttäuscht waren, dass an der WWDC keine neue Apple-Hardware vorgestellt worden ist. Aber etwas, was Apple in den letzten, ja, knapp Jahren immer wieder gehört hat oder zu hören bekommen hat, ist, dass man Produkte zu früh gezeigt hat und dann nicht geliefert hat. Und somit wird man wahrscheinlich ein bisschen darauf gehört haben und oder ein bisschen vorsichtiger geworden sein und wieder back to the roots gegangen. Denn Apple hat eigentlich früher immer Produkte gezeigt und am nächsten Tag oder ein, zwei Wochen später dann auch in den Verkauf geschmissen. Jetzt ist es so, dass bei der EEC, das ist so das FCC oder die FCC, das Gegenstück zur FCC, was in Amerika ist, also in den USA besser gesagt, einfach für Europa und da sind fünf Mac-Rechner und iPad-Modelle aufgetaucht. Es kann also, wenn man es historisch betrachtet, in den letzten Jahren nach dem Eintrag bei der EEC hat es jeweils circa einen Monat gedauert, bis dann die neue Hardware gekommen ist. Spannend, in einem Monat ist Anfang August, das heißt vor der WWDC, äh, vor dem iPhone-Event macht ja natürlich auch Sinn, dass man da das Ganze ein bisschen trennt und wir dürfen gespannt sein. Jetzt gilt wahrscheinlich dann wirklich ein Verkaufsstopp oder zumindest raten wir in diese Richtung. Ja, auch wenn natürlich jetzt sicherlich verlockende Angebote kommen werden. Gehen wir weiter. Bei Apple bleiben wir aber, da gibt es Neuigkeiten in der iOS 12 Beta, denn es ist nämlich so, dass Apple die RAW-Bearbeitungsmöglichkeit nicht mehr nur aufs iPad Pro begrenzt hat, sondern ausgeweitet hat. Zukünftig soll es auch möglich sein, dass man mit iPads und mit iPhones ab den 6s, 6s Plus, SE 2000, also dem iPad 2017er Modell, iPhone 7, 7 Plus, iPad 2018, iPhone 8 und 8 Plus sowie beim iPhone X, dass man da eben RAW-Fotos bearbeiten kann. Dafür gibt es mittlerweile ja ein paar Apps und, ja, spannend, spannend. Diese kleinen mobilen Geräte werden doch immer wie interessanter für den Dauereinsatz. Wir bleiben noch mit dem letzten Thema bei Apple und da kommt ein bisschen ein älteres Produkt hervor. Nicht so alt wie vorher, sondern richtig alt. 41-jährig ist er jetzt schon, der Apple II. Der uralte Rechner, den Steve Jobs und Wozniak vorgestellt haben, damals im 15. April 1977. Und der könnte zum atomaren Abrüsten in Betracht gezogen werden. Denn die Wissenschaftler sind auf der Suche nach Möglichkeiten zu überprüfen, ob da wirklich alles richtig und in allen Ländern auch sauber abgearbeitet wurde. Und bei aktuellen Geräten ist es relativ schwierig, da zu sehen, ob da jemand rummanipuliert hat und eine Möglichkeit geschaffen hat, dass eben da, ja, beschissen werden kann. Denn aktuelle Geräte haben Milliarden von Transistoren drin. So ein Apple II hat gerade mal 3510 Transistoren. Die kann man einfach, also anscheinend laut eben Aussagen von Wissenschaftlern, einfach mit dem Röntgenbild kontrollieren und eben auf mögliche Manipulation hin checken. Wäre doch spannend, wenn so ein alter Rechner wieder in Einsatz kommen könnte. Gehen wir über zu Microsoft. Und da gibt es eine Neuigkeit. Microsoft hat ja seine ganzen Apps und Dienstleistungen auf die ganzen Plattformen gebracht. Sprich eben nicht nur unter Windows 10, Windows 7, sondern auch auf iOS und Android. Und so soll es weitergehen. Sie haben unter anderem ja auch die Möglichkeit zu bieten, Filme und Serien zu mieten und zu kaufen. Das sowohl auf dem Rechner, aber natürlich auch auf der Xbox. Und das soll jetzt weitergehen. Da soll es jetzt bald eine Android- und eine iOS-App dazugeben, wo man dann halt eben, auch wenn man mal auf dem Windows-Rechner was kauft, auf dem Mac schauen kann und so weiter. Ich hoffe dann, dass sie da auch gleich noch eine Apple-TV-App davon machen. Gehe ich aber schwer davon aus. Denn da habe ich auch den einen oder anderen Film drin, den ich mir mal gekauft habe. Wird interessant. Wir bleiben bei Microsoft. Und die haben bekannt gegeben, dass es jetzt einen Nachtmodus gibt. Und zwar für Outlook.com. Ein Wunsch, den es anscheinend von vielen Nutzern gab, die Outlook im Webbrowser nutzen, dass da jetzt eben ein Nachtmodus kommt. Bei Microsoft ist es so, dass sie das schon länger eigentlich möchten. Aber wenn, dann wollen sie den besten Nachtmodus bringen. Und das ist natürlich eine vollmundige Ansage und auch ein Versprechen. Und das setzt natürlich jetzt die Latte hoch. Ich bin mal echt gespannt, wie die beste, das beste Nachtmodus ausschauen wird. Der beste Nachtmodus ausschauen wird. Wir werden es hoffentlich bald sehen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine News aus der Google-Ecke. Und die freut jetzt sicherlich alle iPhone X Nutzer, die eben auch die App nutzen, um die es jetzt geht. Inbox bei Gmail hat ein Update bekommen. Gut, das ist jetzt in letzter Zeit immer wieder mal passiert. Aber etwas wurde schmerzlichst vermisst in diesem Update. Nämlich die Möglichkeit zur Unterstützung von iPhone X. Also das länglichere, hochkantigere Bild und Bedienungs- und alles Mögliche, was da drum herum angepasst werden muss. Wurde auch Zeit, denn per jetzt, also ja, mit iOS 12 ist ja soweit, dass Apple Apps raussperrt, die das nicht tun. Und ja, Google hat es endlich getan. Da habe ich gestern und heute schon den einen oder anderen großen Aufschrei gehört. Das freut einige, paar wenige, kleine und grössere Menschen auf diesem Planeten. Ja, das waren es jetzt die News, die ich heute mit für euch mitgebracht habe. Und es war auch meine Woche mit dem GeekDog-Taley und somit mit euch zusammen. Aber nächste Woche ist ja wieder der Achim für euch da. Und ja, somit wünsche ich euch schon mal ein schönes und erholsames Wochenende, auf das ihr hoffentlich warten könnt. Und bis dahin heute noch einen erfolgreichen und tollen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.